Hallo, hier spricht Horst, Schweineberg, ich bin 56 Jahre alt, ich wohne seit 30 Jahren Kiez und ich bestelle bei Imbiss Bronco. Jede Woche bestell ich mir Eisbein, Currywurst, Fürschleber, allentwarte Zerfickte, Seniorenherzbegehrte. Ich häng jeden Tag am Imbiss ab und fütter meine Grumpe, die Curry ohne Darm und die Pommes mit Schranke, Kartoffelsalat nach Haus gemachter Art, seit 3 Jahren besetze ich die Spielautomaten. Mein fetter Arsch passt schon nicht mehr durch die Tür, doch das ist mir egal, ich bleib für immer hier. Rauche Kippen, trink Bier und verfresse mein Geld, schön zum Frühstück, wird Schnitzel mit Klösten bestellt. Ich mag zeitiges Essen mehr als meine Frau, für eine Handvoll Kroketten verlasse ich die Sau, scheiß auf Obst und Gemüse, ich fress Leberkäse, frisch aus der Friteuse mit Dickmayonnaise. Ich esse niemals Fett, Arm, Bronco macht das Fett, Warn auf Wildschwein, Hirsch oder Pferdeleber, Broncos Kühlschrank ist begehbar. Bronco macht das Fett, Warm, 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 Bronco macht das Fett, Warm. Meine Frau trägt XXL und ist ständig am Futtern, hier schmeckt das Essen so gut, wie das Kassler bei Muttern. Mein Firmenstempel ist ein Schweinefuß und im Hintergrund läuft der Arzenblues. Ich geh angeln am Kanal und fange nur Kacke, scheiß auf Fisch und hier gibt's Rolade. Hier gibt's keine Leitprodukte, hau die Sahne in die Suppe, schwenkt die Nudeln in der Butter und die Männer haben Hunger. Heute wird gesündigt, kommt alle an mein Imbiss, hier gibt's nicht mit Halbfett, ich brate heute nur mit Speck. Bronco macht das Fett, Warm, Bronco macht das Fett, Warm, Bronco macht das Fett, Warm. Hey, ho ihr Atzen, eine Haxe für mich, let's go! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020